Heute stelle ich Ihnen die wichtigsten Merkmale des Nexaro NR1500 vor. Das Gerät, wenn ich von oben drauf schaue, sehe ich als allererstes diesen Turm. Darunter verbirgt sich der Laserdistanzsensor, der für die Navigation des Geräts notwendig ist, und eine Warnleuchte. Dann habe ich hier ein Bedienelement zum Starten und Stoppen. Hier drunter verbirgt sich der große Staubbehälter. Den kann ich natürlich auch rausnehmen. Hier vorne ist ein Stoßsensor, hier ist ein Griff, damit kann ich das Gerät hochheben. Von den Seiten sehe ich vor allem einen Abstandsensor für die Wandfolge. Auf der Unterseite sehe ich eine Hauptbürste und die Seitenbürste. Das ist die Reinigungseinheit. Außerdem zwei Antriebsräder, nochmal drei zusätzliche Roller und einen Batteriefachdeckel. Außerdem sehe ich an der Unterseite vier redundant ausgelegte Absturzsensoren.